Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Prof. Frank Decker, Politikwissenschaftler von der Universität Bonn. Prof. Decker, Sie haben gerade die Kanzlerin gehört. Sie sagte, CDU und CSU haben es geschafft, mit diesem Dissens bei der Flüchtlingspolitik zu leben. Inwieweit rächt sich das aber jetzt, dass die Union den Konflikt im Wahlkampf nicht ausgeräumt, sondern ganz einfach vertagt hat? Ja, das hat sich total gerecht. Nicht nur für die CSU, sondern auch für die CDU. Es wird zum Beispiel übersehen, dass ein noch schlechteres Ergebnis als die CSU in Bayern die CDU in Baden-Württemberg eingefahren hat. Und wenn Merkel das jetzt als quasi Erfolg verkauft, dass dieser Streit dann begraben worden ist, dann ist das eine ziemlich tollkühne Interpretation. Denn die Wähler sind darauf nicht reingefallen. Und man sieht eben jetzt nach dem schlechten Wahlergebnis, das war ein Burgfrieden. Der hat notdürftig gehalten. Und jetzt bricht die Auseinandersetzung voll aus. Ja, also jetzt müssen Sie reden. Wie könnte es denn beim Streit um die Obergrenze jetzt wirklich zu einer Lösung kommen, wo beide Seiten ihr Gesicht waren? Ja, das ist ja im Vorfeld schon angedeutet worden. Generell muss man sagen, sitzt die CDU und die Kanzlerin und Merkel wird ja nach wie vor von großen Teilen der Partei getragen, der CDU, am längeren Hebel. Die CSU hat keine wirklichen Drohoptionen. Letztlich wäre es ja die Option, sich nicht zu beteiligen an der Bundesregierung. Damit müsste man die gemeinsame Fraktion aufkündigen. Das alles wird die CSU nicht machen, weil es ihr noch mehr schaden würde. Dann wäre sie nur noch eine regionale Partei und... Ja, mit Blick auf Ihre Situation in Bayern. Das ist ja die große Lehre 1976, als man das damals schon mal angekündigt hatte. Aber man wird natürlich versuchen, eine Formel zu finden, vielleicht ohne den Begriff Obergrenze zu verwenden, wo ganz deutlich das Signal auch erfolgt, dass es hier eine Begrenzung gibt, damit eben die CSU dort auch ihr Gesicht wahren kann. Sie haben gerade schon 1976 angesprochen den Kreuter-Trennungsbeschluss. Horst Seehofer hat ja gesagt, er erwartet die schwierigsten Gespräche heute seit dieser Zeit. Inwieweit kann man denn diese Situation damals mit heute vergleichen? Wo ist da der Unterschied? Also es ist tatsächlich so, dass eigentlich CDU und CSU sich hier im Verhältnis von Koalitionspartnern begegnen. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Wir haben es auch schon 2013 gesehen. Man geht im Grunde mit einem eigenen Wahlprogramm dann in die Auseinandersetzung. Und das sind eben auch mittlerweile ziemlich fundamentale Positionsunterschiede in einer Reihe von Politikfeldern. Die Europapolitik, das ist eben schon genannt worden. Die CSU möchte zum Beispiel Volksentscheide auf der Bundesebene. Die CDU ist strikt dagegen. Und das hat es in dieser Form eigentlich bisher nicht gegeben. Also die beiden müssen sich jetzt im Grunde erstmal selber einigen. Das Problem ist natürlich, dass diese Einigung, diese Position dann nicht eins zu eins sozusagen in den Koalitionsverhandlungen am Ende wieder herauskommen werden. Und dass dann möglicherweise erzielte Kompromisse von den anderen, von der FDP, von den Grünen aufgebrochen werden. Und so der Streit dann wieder in die Union zurückgetragen wird. Also insoweit ist das eine äußerst komplexe Koalition, die wir jetzt vor uns haben, die aber im Grunde eigentlich dazu gezwungen ist, sich zusammenzufinden. Denn das kann sich Deutschland nicht leisten. Wir sind nicht die Niederlande oder Belgien, dass man hier ein Jahr auf eine Regierung wartet. Europa wartet auf eine deutsche Regierung. Es wird ohnehin sehr lange dauern, bis Januar oder Februar rechne ich sogar, dass die Regierung am Ende steht. Aber die vier Koalitionäre sind zur Einigung verdammt. Vielen Dank, Professor Decker, für Ihre Einschätzung hier im Phoenix-Studio.